. Decliffe Revec zum besten Weinspitzenweine zum Sonderpreis Es sind edle Gewächse, auf die ihre Erzeuger, die zu den besten Winzern Europas zählen, mit Recht stolz sind. Focus Select kann diese Spitzenweine zu außerordentlich günstigen Konditionen anbieten, sie sparen beim Kauf bis zu 31 Prozent. Die Weine von La Spinetta gehören zu den begehrtesten der Welt und werden zurecht regelmäßig mit Höchstwertungen der berühmten Weinkritiker ausgezeichnet. . Ein absoluter Geheimtipp ist der kraftvolle Barbarescho-Crew Bordini aus dem anerkannten Hause in Pimont. Der intensive Rotwein mit dem ganz eigenen La Spinetta-Stil und 93 Punkten vom internationalen Starkritiker James Sugling kostet nur ein Drittel der übrigen La Spinetta-Barbareschos und bringt fortgeschrittenen Weinliebhabern viel Spaß und Klasse ins Glas. . Das toskanische Weingut Tolani beweist, dass sich Handarbeit bei der konsequenten Selektion der Trauben mit einem spitzen Preis vereinen lässt. . Selten gibt es solche namhafte Rotweine mit regelmäßig hohen Packer-Bewertungen, die so viel Format für unter 20 Euro bieten, wie der Alpaso Toschkana Ich 2011. Auch am anderen Ende Italiens findet sich eine solche Rarität. . Auf Sizilien genauer gesagt nördlich des Etnas wird ein ganz besonderer Wein auf Jahrhunderte alten Dallwaffel dann angebaut. . Der Rubin-Rothedner Rossoa-Corea 2011 reift zunächst 18 Monate im Barre-Käfers und danach noch einige Jahre in der Flasche um schließlich seinen vollen Geschmack zu entfalten. . Ein extravaganter und spannender Rotwein mit viel Trinkspass findet auch Robert Parker und vergibt sagenhafte 92 Punkte. . Im Süden Frankreichs befindet sich das Weinbaugebiet Lanudoc. . Die Reben gedeihen dort in einem Gebiet, welches sich von der spanischen Grenze und den Pieren-Nähen bis an die westliche Grenze der Haume-Zirkumflex-Nähe erstreckt. . Die aufstrebende Winzerin Catellones schafft hier den Spagat zwischen Tradition und Moderne. . Der Rogge Grenachenohe 2013 ist ein beeindruckender Rotwein, der dieses Zusammenspiel gekonnt in Szene setzt. . Die Koffe aus Grenachenohe und Carrigan anverspricht besondere Trinkfreude und wurde vom renommierten Weinkritiker Robert Parker mit 93 von 100 Punkten gewürdigt. . Allen voran die klare und seidige Struktur sowie die Aromenvielfalt begeistern von Beginn an, neben den typischen Kirscharomen offenbart der Rogge Grenachenohe auch Nuancen von Lakritz sowie süßlichen Gewürzaromen von Veilchen, Zimt, Cassis und Vanille. . . Eine feinfruchtige, geradezu verführerische Rotweinschönheit, die beeindruckt. Auf CHA mit Akut-Teausein-Trohim-Rusilon haben sich Jan Marc Lafarge und Eric Solomon auf charaktervolle, tokene Rotweine spezialisiert und eröffnen damit neue Dimensionen in der Region. . . Nicht umsonst wurde der brillante Echim-Ruscio mit Akut-Teausein-Trohim-Rusilon-Villages mit 93 Packer-Punkten ausgezeichnet, kraftvoll, weich und geschliffen. . Unbedingt probieren! .